Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei YouTubers Live. Es rendert gerade das Video aus der letzten Folge und ich könnte in der Zwischenzeit eigentlich mal ins Bett gehen. So, dann machen wir mal gucken. Ich muss mich auch erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Ist nämlich schon wieder eine Woche her, dass ich aufgenommen habe. So, jetzt gibt es bestimmt wieder Ärger, oder? Ich habe nichts gemacht, Mama. Ich... Oh... Mama, ich muss aber noch was machen lernen. Gut, dann gehe ich lernen. Ja, so ist das. Wenn ihr zu Hause wohnt, dann kommt eure Mutter rein und scheißt euch zusammen. Was macht Mutter eigentlich den ganzen Tag? Weiß kein Mensch. Was müssen wir denn machen? Wir müssen vor allem was essen. Komm, iss, iss, Junge, iss. Ja, geh da rein, damit du wieder was essen kannst. Haben wir noch ein gutes Spiel? Das ist ja die große Frage. Veröffentlicht und wir haben neue Views. Und was? Daumen nach unten? Wieso das denn? Oh... Komm, wir versuchen es mal. Schnell mal ein Schläfchen machen noch. Wir pumpen uns das jetzt sozusagen auf. Geh ins Bett, Mensch. Du weißt, das ist hier schlimm. So, Spiel auswählen. Haben wir noch ein gutes Spiel da? Ja, auf jeden Fall. Hier. Ein Preview. Ach, da machen wir noch ein schönes Gameplay raus, oder? Hier, komm. Das ist noch gehypt. Beeil dich. So, dann wollen wir mal gucken, habe ich was dazugelernt? Also, Workstation 1. Mehr haben wir nicht. Niedrige Auflösung. Was ich nicht so ganz verstehe, ich kriege ja hier mehr Punkte, ne? Hm. Hm. Alles klar. Also, ihr seht, ne? Hier oben. Das ist ja die Menge an... Also, je mehr ich hiervon habe, umso besser ist es. Also, wenn ich hier Mono aufnehme, bekomme ich Punkte bei Stereo nicht. Naja. Okay. So. Planet, äh... Achso, ich habe es nicht mehr verändert, ne? Ähm. Ähm. Was ist denn das? Angriff der Kuschel... Hühner. So. Und los geht's. Jetzt wollen wir mal gucken. Und jetzt spielen wir mal ganz schnell. Ähm. Du startest die Aufnahme mit einem... Ähm. Hier. Gibt's ja auch mal... Es ist mal zwei, ne? Also müsste ich ja eigentlich ein Mörderding nehmen, aber das hier ist doch scheiße. Ja. Okay. Weiter geht's. Ähm. Lustige Kritik. So. Haben wir noch genug Punkte? Ich habe kaum noch Karten, ne? Ich muss mehr Karten machen. Es ist ein Wunder, dass ich hier so schlecht bin. Hm. Also hiermit starten wir. Dann machen wir hier weiter. Ähm. Ja gut. Wie man es macht, ist verkehrt, ne? Wir müssen mal was anderes aufnehmen. So. So. Was haben wir denn? Ähm. 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 Hier. Ihr seht, der Rechner geht auch schon wieder kaputt. Komm. Wir hauen alles rein. Wir versuchen überall einen Punkt zu machen. Minus 1. Ähm. Ähm. hätte besser werden können ich muss wieder in die schule es gibt einen defekten pc ja das war doch klar aber dann kriegen wir wenigstens das hier dann müssen wir mal gucken wie wir das auch das ist alles so viel ob ich mal ausziehen sollte so haben wir geld ja ein bisschen haben war und wir ersetzen denn ich teile das video so das wird gerade hochgeladen das ist super dann können wir doch mal was essen gehen wir brauchen auch vielleicht demnächst noch ein bisschen geld dann gehen wir noch arbeiten was nehmen wir verdienst aber nicht viel du mann 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 wie man es macht man macht's verkehrt ne kinder so jetzt geht er erst in sein zimmer um dann arbeiten zu gehen ganz schlauer bursche ja so bin ich also erst mal ins zimmer zurück um nichts zu machen und dann arbeiten zu gehen ja komm erst mal nach hause ich weiß du bist so müde aber wir kriegen neue abonnenten komm du musst noch ein video spiel kaufen das habe ich doch jetzt gekauft ne und wann ist denn das februar 25 so jetzt aber jetzt gehe erst mal pennen kommen teile dir eine wohnung dann gehen wir mal schnell lernen bevor mutti wieder reinkommen und aufs maul haut ne ihr kennt das was ist die alte schabrack eigentlich ich sehe die nicht könnt ihr auch ruhig mal was machen hier komm dann moderieren wir noch ein paar kommentare dann machen wir unsere zuschauer noch ein bisschen glücklich und dann machen wir wie weiter das sind ja traumzahlen hier dann müssen wir auf jeden fall das neue mal eben preview machen führt kein weg dran vorbei es läuft es wird immer besser so neues gaming video den haben wir neu gekauft hier ne ja wir sind ein bisschen spät dran für ein preview das stimmt aber wir müssen es ja trotzdem mal machen aufnahme starten miracle endgoyboy preview 1 deutsch eine preview reicht ja auch dann wollen wir mal gucken wie das soll jetzt war also das hier mit den negativ punkten das ist kacke also das ist blöd ich will keine negativ punkte ich will doch plus punkte sammeln wenn man das vorher kennen würde dann könnte man das so ein bisschen aufbauen ist doch das doch kacke ja jetzt gibt schon wieder ärger du warst nur 15 mal in der schule du bist ein ganz dummes kind das können wir sogar in der reihenfolge lassen ja da sind natürlich immer noch ganz miese werte ich glaube wir müssen wir müssen uns was einfallen lassen aber neuer rekord immerhin hochladen du stellst fest dass der ton in deinem zuletzt hochladen wieder an einer stelle schlecht ist es fällt nicht sehr auf und es wird ziemlich viel zeit kosten das zu beheben was willst du tun das problem beheben mami hat mich lieb naja ich muss ja auch eine eins kriegen weißt du dreimal schule dreimal arbeiten gut dann gehen wir erstmal was essen weil ohne essen macht das leben keinen sinn und dann lernen und da müsst ihr immer dran denken ich kann ja eh gerade nicht viel machen ne wenn wir wieder kommen vielleicht ein youtube video aufnehmen ich weiß es nicht dass wir gleich eins raushauen ach das ist gar nicht so einfach als youtuber ehrlich du musst ja auch deinen tagesablauf strukturieren aber wenn ich jetzt in die schule gehe kann mutti schon mal nicht ganz so böse sein weißt du und noch lädt es ja hoch ich brauche einen neuen rechner ich müsste mehr geld verdienen dann könnte ich mir einen schöneren kaufen so ich bin aus der schule zurück dann nehmen wir mal gleich ein gameplay auf so das lassen wir alles so wir gucken gleich mal gameplay so deutsch im pilz hockt eine grille keine ahnung ob das irgendwelche auswirkungen hat ich lass mal einfach den blödsinn raus der mir gerade durch den kopf geht so wir nehmen wieder den guru jetzt kriegen wir wieder diese negativkarten ich mein die wär ja schön aber das ist mit dem hier das ist scheiße das ist scheiße das will ich nicht so wie sieht es denn aus das passt ja irgendwie doch immer halbwegs gut ne den muss ich nehmen und den muss ich nehmen da sind zwei schnittfehler drin das noch dazu und rendern und hoch damit was haben wir jetzt wieder geklickt ich komme aber heute mit akzeptieren und abbrechen bisschen durcheinander oh das interesse steigt und ich habe wieder neuen rekord ja den laden war doch selbstverständlich hoch oder komm geh mal arbeiten was machen wir denn zeitung austragen ja wir brauchen ja geld wir moderieren mal noch paar kommentare weil das läuft gleich ab oh oh was ist moment ich kommentiere mal eben zu ende ja wer ist denn das ich muss ins bett aber ich bin glücklich reden hi fusel ich möchte ein gameplay video machen weiß aber leider nicht wie ich es aufnehmen oder bearbeiten soll könntest du ein video machen und es hochladen ich werde dir das spiel schicken ja 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 kein thema machen wir gibt es sogar geld dafür super ich danke dir wenn ich zu hause bin schicke ich es dir ja 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 ich will ja nicht schlafen so da ist ein spiel das machen wir auf dann gehen wir was essen ja dann machen wir das mal eben fertig oder bleibt ja nichts anderes übrig welches waren das hier das ne das nimmt schon wieder ab das ist aber kacke naja hier dran kann man wenigstens erkennen ich krieg geld dafür dann machen wir das noch fertig wir müssen auch noch in die schule wir müssen auch noch da oben was machen und der tag ist einfach viel zu kurz aber so verdienen wir ein bisschen geld weißt du wollte ich nicht kommt das lassen wir so das ist nicht unser dann nehmen wir mal eben auf formelle begrüßung nehm wir das nehm wir das da gibt es ja glaube ich ein punkt mehr ja dann sollen wir irgendwas hier mit machen dann nehmen wir das ne orientier mich immer hier dran und das ist auch plus zwei ah ja 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 wie man es macht ist verkehrt aber da gibt es wenigsten punkt mehr für wir brauchen echt mehr karten können wir sogar in der reihenfolge machen hätte andersrum auch keinen bei sowas würde ich eigentlich ungern mit reinnehmen aber gut das kriegen wir hier wieder ausgeglichen 4 von 4 ist jetzt mit sicherheit nicht das beste video aber hey was soll man immerhin wir steigern das interesse machen paar upgrades du spielst dieses spiel bei dem man bonbons kaputt machen muss das dir so gefällt aber man level 4 ist einfach nicht zu schaffen was dann moderieren wir noch mal schnell paar kommentare oder und wenn wir das machen wünsche ich euch jetzt noch einen schönen morgen mittag oder abend bleibt mir gewogen und verfolgt mich auf meinem weg wie ich der erfolgreichste youtuber wurde macht es gut bis dahin tschau tschau